Also, jetzt wollen wir nicht so viel reden. Jetzt soll es losgehen, meine Damen und Herren. Hip-Hop, Rap, Akkord aus Rostock. Ja, wunderbar. Wir sind Akkord aus Rostock. Und wir präsentieren hier unsere Musikklienten. Hip-Hop, Rap, Sprechgesang, wie auch immer. Mein Name ist Konrad, das ist Jan, Tigi, unsere Sängerin, mit dem Flo und Rhythmus auch alles beieinander halten. Und das erste Lied heißt Mit dem Herzen dabei. Das Wichtigste in der Musik ist, dass das Herz zu dem Beat kommt, wo man sich mit der Musik vereinigen kann und auch fühlt, was gesagt wird und getan wird. Wir sind mit dem Herzen dabei. Ja, wir sind mit dem Herzen dabei. Ja, wir sind. Ich hab mir die Sache echt zu Herzen genommen Hab mir gedacht, was du nicht kannst Das lernst du schon, doch wird man dir nicht ernst genommen Und hey, der wissen eh von allem mehr davon Wenn wir was nicht brechen, schau'n'n bestehendes Song Auf den wir hängen, hey, der Herr hat weder Sinn Halt'n schwer zu machen Schwer ist es, sie dann anzu packt die Kälte Ich hab mir die Sache echt zu Herzen genommen Und mit ehrlichen Songs mehr von den Runden Zu überlegen, zu bewegen, zu bewegen Gut zu zurecht, kann ich immer alles sein Kann aber auch, wenn man dann daran glaubt Neh, neh, alle zu Hause, alle sind drauf Eben, auf jeden, bloß niemals, ah, ah Aufgeben, ihr nehmt alles viel zu leid Denn wichtig ist doch nur, dass man weiß Wie weit, was wir da sind, weil ich weiß, was ich noch sind, klar Heißt ich, wobei, es erst war Doch Ja Wir sind Wir sind Wir sind Jeder zeigt mich immer wieder, vielleicht doch erst, wenn das märzt ich nicht Merkst du, was es wirklich wert ist? Jo, das ist gut. Ja, das Leben on the wall. Wir sind nicht ganz, sondern bis zum Stopp. Hä, wo's die Frau fürs Leben? Wo ist das Glück geblieben? Wo ist bloß alle Zeiten? Die Zeit, wo wurde Zeit noch frei? Ich hatte dich nicht an jedem Weg getreut. Mit einem Frieden, krank und sicher Zeitplan. Man nimmt sich immer mehr vor, als überhaupt machbar. Es ist überaus schwachsinnig, doch wir praten Samen. Ja, wir schaffen es, so bist du nicht mit uns. Das Leben ist ein Schwierenteil. Wie fühl ich mich noch frei? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm! Oh! 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 Mein Versuch, doch das Leben steht getauscht, mach Wiki ist gut, dass du immer wieder aufdeckst, schau, rap geht zu den Tränen mit der Melodie, Goodfella-Beat. Spiel, auf, zahlen. Und es geht, und es geht. Das ist ein schwerer Zahn. 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 und es geht, und es geht so. Diecan die sie und die关ig otоки-Jur. Das 일본 ist ein backpack-Jur. Das Leben ist ein besonderes Gefahr. Und es geht, und, oder, oder? Und es geht, und es geht, und die呢 vorw isolation. Ja, das Leben ist ein action. Rollen, rollen. Jumping, wo es geht, v allons einfach Secs und Kohlen Kann du nix, dann musst du hinten anstehen. Das Leben ist ein schwerer Zahn. Ich nehme für grüner Fall und wie viel Zeit wir nie noch bleiben. Das Leben ist ein Stier auf Zeit. Stier auf Zeit. Und wie viel wir hier noch bleiben. Hier noch bleiben. Das kann dir niemand sagen. Niemand. Stell doch keine Fragen. Niemand. 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 Zwei. Junge. Jan. Un. B. Du bist ein Stier auf Zeit. Stier unter. Als erstes. Treff. Zwei. Zwei. Spätere Zeit. Ja, schon mal. Das ist ja schon krass gut. Könntest du was sagen? Ja, ich muss was sagen, meine Damen und Herren. Ein Astra mit dem Kennzeichen NMW RW 477 parkt circa 10 andere Autos zu. Also, falls Sie der Besitzer sind, denken Sie dann in circa 15 Minuten wird das Auto abgeschleppt. Und jetzt habe ich mal, ich habe euch mal angeschaut. Also, wenn die aus der Garderobe rauskommen, das hat Gunnar von Peepermoon gemacht, ich bin auch rausgegangen, alles ist aber ein Grund. Es gibt ja das Supertalent, das habt ihr schon mal gesehen, ne? Ich habe gerade überlegt, wenn er das Mädel so singen hört, was hätte Bruce Daniel da gesagt? Er hätte sich so hingesetzt und gesagt, die kann ja singen. Wahnsinn, oder? Alle drei. Der nächste Trick. Richtig oder falsch? Die meisten geben schnell eine Frage in unserem Leben. Ist es richtig oder falsch? Egal was man tut, man fragt sich, ob es richtig oder falsch ist. Es ist meistens falsch, aber man redet ja nur aus Fehlern. Nur eins ist sicher. Akkord und Zip-Hop schlichtblick. Richtig, 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 richtig. Sag schon mal. Akkord und Zip-Hop schlichtblick. Richtig, 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 richtig. Welch ist hier oder alles trink ich? Whisky und auch Malzzy? Begift ich und auch Kalten oder hitz ich wie im Blick? Was ist richtig und was ist falsch? Und wer sagt mir das? Also versteht du, dass man ewig klar hat? Du kriegst erst mal in der Frage, wer seid ihr? Ja, seid ihr? Was ist richtig und was ist falsch? Was ist richtig und wirklich wichtig? Als Kind bekommen man angelegt, was Mama sagt ist richtig. Watt bist du auf 10 im Bett? Ja, klar, doch Papa sagt was Mama sagt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Und wer stellt hier die Kleid? Ja, ja. Und wer sagt mir das richtig oder falsches? Kampf und es geht und es geht. Richtig oder falsch, wenn ich nur selbst glaub. Richtig oder falsch, wenn kein was selber drauf. Richtig oder falsch, ist mir doch scheißegal. Und es ist mit Drugs am Papier. Das ist sicher zweckig voll. Richtig oder falsch, wenn ich nur selbst glaub. Richtig oder falsch, wenn kein was selber drauf. Richtig oder falsch, ist mir doch scheißegal. Richtig oder falsch, ist mir doch zweitens falsch. Und ich übernehme jetzt das Business. Richtig. Du setzt den Kasten auf, falsch. Nach jedem Kick nehm ich nen Chip mit. Richtig. Und du denkst, ich hab so Bock. Richtig. Richtig. Du denkst, ich bin nur doof, wenn ich blitzkirr. Richtig. Du denkst den Kasten auf, falsch. Stopp. Treiben nehm ich immer ein Stück mit. Richtig. Richtig oder falsch, ist es richtig oder falsch, frag ich mich. Oh, setz mich unter Druck mit dem ich nen Verbindstuhl. Gehen Klumps nur wenn ich so da die Hips hoch. Bin im Suftdruck zu gehen und der Chip, oh. Ich hab Spaß an der Gasse, ist egal. Noch ne Flasche von dem Herd, ist ein Zeug. Best bezahlt, ist ein Latte. Die erste Runde geht auf mittelschweißen. Sagt ein anderer. Richtig für die Jungs, die Götz kriegen schon Papier. Jo, keine Zeitverschwendung. Da kommt mir vier Zähne. Ich frag mich, ist es richtig, dann geht. Ist es richtig oder falsch, ist es richtig oder falsch? Ist es richtig oder falsch, frag ich mich uns selbst noch. Richtig oder falsch, wir gehen was selber noch. Richtig oder falsch, ist mir auch scheißegal. Und wir sind ein Glück, der hat noch vieles, die ganz scheißweiß. Richtig oder falsch, wir gehen uns selbst noch. Richtig oder falsch, wir gehen was selber noch. Richtig oder falsch, ist mir auch scheißegal. Hallo!